Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Ich hab mir gedacht, ich kann mir mal ein bisschen Mühe geben mit den kleinen Bildern hier und hab die nochmal alle ausgeschnitten. Hab nochmal zwei Stunden investiert, jetzt gefällt mir das Overlay viel viel besser. Und wir werden jetzt die Challenge von gestern Abend nochmal spielen. Allerdings machen wir nicht fest drei Runden, sondern ich probiere so viele Runs in Folge zu schaffen, wie es nur geht. Und die Tower sind natürlich nur einmal pro Run erlaubt und in zukünftigen Runs werden die dann wieder gesperrt, so wie im letzten Video. Wir gehen auch direkt rein. Was haben wir? Alle Tower sind uncoming? Oder, oh wir machen nur einen Red Tower zum Start. Das gefällt mir sehr gut. Das ist doch nice. Und wir haben einen Q Tower. Ah, der in der ersten Runde ist ein bisschen wack. Ja komm, wir machen hier mal einen ganz selben Start mit Chest und Tief Tower. So, kann man den auch nicht mal ausstellen. Perfekt. Schade. Das ist immer so 50-50. Manchmal gewinnt man, oder saved man den ersten Mal mit den beiden Towern. Manchmal verliert man eine Krone dabei. So, was machen wir daraus? Was machen wir daraus? Jetzt schon ein Glas Tower benutzen? Ich würde ungern rollen wollen. Komm, einmal räumen wir. Einmal. Was haben wir? Gibt mir was geiles. Dice Tower. Wollen wir direkt mit dem Dice Tower Bild anfangen? Dann ist der schon mal weg. Ist vielleicht ganz strong mit Gold im Kamm. Ja komm, wir starten bitte mit dem Dice Tower Bild. Ich möchte so wenig Tower wie möglich jetzt noch da rein investieren. Würden wir es schaffen, nur noch mit Dice und Klavern zu gewinnen? Das wäre strong. Ich roll mal komplett runter. Nicht, dass wir noch eine weitere Krone verlieren. Und machen den Dice Tower aus. Das wäre sehr effektiv. Wenn wir nur drei Tower im ersten Raum benutzen, sind wir schon mal einen guten Weg, sage ich mal. Führen wir vielleicht einen weiteren Dice Tower. Wir rollen mal nur auf fünf runter, falls ein weiterer Dice Tower kommt. Solange wir das überleben, ist ja noch alles gut. Ja, die Frage ist, ob wir denn überhaupt genug scalen bis zum Ende aus dem ersten Akt. Nein, wir scalen viel zu langsam. Wir müssen irgendwie was tun. Forge möchte ich für die Biene benutzen, definitiv. Wir könnten aber hier einen zweiten Tief Tower draufsetzen. Horse Tower würde ich gerne benutzen, wenn wir mit Dice und Kleeve spielen. Klavern, meine ich natürlich. Können wir hier das Horse suchen. Da ist es. Komm, machen wir lieber noch einen Horse Tower. Mal gucken, was wir jetzt im Shop haben. Princess. Wollen wir uns die Princess für ein anderes Bild aufheben, oder wollen wir die jetzt da reinsetzen? Mit was wäre Princess denn sonst besonders stark? Ich finde, Princess können wir ruhig benutzen. Geben wir auf nochmal sicher. Und wir beenden die Runde. Dann kommt Princess weg. Also drei Runs würde ich schon sehr gerne schaffen. Ich hoffe, das Video geht nicht um die sieben Minuten, weil ich jetzt gleich sterbe. Okay. Hm. Die J Dum crab werden ja hier drauf.